Afrika, mystischer Zauber. Doch die Welt ist nur scheinbar noch in Ordnung. Es regieren Macht und Mord. Ausplündung und Ausbeutung zerstören den tropischen Wald. Ausbeutung und Ausbeutung und Ausbeutung und Ausbeutung. Und Misstrauen, Habgier und Geld. African Timber. Ein großer Abenteuerfilm mit Heiner Lauterbach, Deborah Lacey und Julien Guillaumar in den Hauptrollen. Margoni ist viel zu wertvoll, um es hier verrotten zu lassen. Und Sie lassen es fällen, bis auch der letzte Baum verschwunden ist. Aber ich hab's alles hier drin. Ich hab da nicht wirklich nichts zu tun. Hör endlich auf zu lügen! Du tust mir weh! Komm schon, gib's endlich zu! Au! Also, mit anderen Worten. Ihr habt das Saatgut gegessen? Und die Kühe und den kaputten Traktor. Und jetzt braucht ihr neues Saatgut, neue Kühe und einen neuen Traktor. Von meinem Geld. Schauen Sie. Was ist das? Juju? Böses Juju. Jemand hat die Säge verhext. Nicht anfassen! Sie sind ein Versager. Der geborene Versager. Sie sind nicht mein Gast. Sie sind mein Angestellter. Scheiße, Jerold, was zum Teufel hat sie vor? Sie plündert das Werk aus. Und zwar total und mit System. Und ich habe nicht vor... African Timber. 100 Minuten spannende Unterhaltung. Mit Heiner Lauterbach, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Khloor Teachers. Die Säge... ... Vielen Dank.